hallo und herzlich willkommen zurück liebe assassinenfreunde zu assassin's creed syndicate ich verhaspel mich schon mal gleich am anfang es ist so schön hier jetzt müssen wir whitechapel erobern ich hoffe das geht so kollege man kann dir unter was auch immer gucken nicht entweder ist es ein anzug oder ein rock ok gut was ist das zeichen hier oben das ist ein mädchen sieht ganz genau ich wollte ja eigentlich nicht unter den rock gucken ist das ein aussichtspunkt okay ich wollte sagen kumpel kannst du da oben helix glitsch och ne die dinger haben sie immer noch alle klar gut schläger verjagen was soll ich jetzt machen ok ja bitte du brauchst dich aber nicht so verbeugen wir sind hier nicht in japan ja normalerweise hätte eigentlich hätte er hier oben landen müssen egal ich glaube normalerweise hätte ihm die hand gegeben oder so ok wo geht es nun mal zu karte nicht der schärber und sonne dane ja ok nein da genau der große button der große playstation band alles klar was ist das aber line wir nehmen an ok wo sequenz 3 ok sequenz 3 haben wir hier noch mehr oder können wir erst russisch schatzkammer ach du lebe ist besser ok liebe freunde ich muss mich hier erstmal ein bisschen zurechtfinden illustrationen illustrationen was ist das hier ein geschäft ok erlesene bierfleisch ja natürlich ok empfohlen ist level 2 ok wir nehmen an dann machen wir den doch ok gut schön ausseil und dann gehen wir mal über die dächer von whitechapel bestimmt sehr schön bestimmt sehr schöner stadtteil ok oh du sollst da rüber springen jetzt gottchen ah lieber jacob an der dussel ach da ist ja unsere schwester ok wir nehmen an oder nehmen wir an ich weiß es gerade gar nicht oi timelapse geil es kommt wieder ein ladebildschirm ich sehe Mr. Aberline nicht naja wir haben es versucht pst ich weiß vielleicht ein wenig über den fabelhaften kerl von dem sie gesprochen haben was soll das mein gott wollen sie mich auflegen lassen was sergeant Aberline zu ihren diensten sie müssen die freizwillinge sein die green erwähnte ich hatte gedacht sie wären ein polizist und ich dachte sie wären diskreter henry green sagte sie könnten uns helfen unerkannt zu bleiben ich sag ihnen wie das läuft ich gebe ihnen die namen krimineller gang mitglieder sie bringen sie zurück zu mir unauffällig oh so unauffällig wie eine alte lady eine sehr haarige komische alte lady die aussieht wie ein polizist er hat eben andere ermittlungseinsätze meine güte ist das denn so schlimm nun was sie auch tun bleiben sie innerhalb der grenzen der gesetze mir zuliebe ich brauche keine leichen auf meinem revier nähern sie sich dem ziel von hinten und bringen sie es zum reden dann bringen sie es zu meiner kutsche vorsichtig ok dann würde ich sagen klettern wir mal hoch einen hochgelegenen ort erreichen ja das machen wir blighters entschuldigung drücken sie während sie unentdeckt hinter einem gegner stehen und ihn gefangen zu nehmen bewegen sie sich in der nähe von gegner langsam mit L um ihren entdeckungsradius zu verringern bewegen sie sich schneller mit R2 fällt es ihnen ihren gegnern leichter sie zu entdecken drücken sie kreis um die eine gefangene person in eine geschlossene kutsche zu stoßen alles klar ja hoch da morgen vorteil ist der abschluss dieser herausforderungen gibt es zusätzliches geld und e p strategie ziel lebens zurück alle klar fluss die leute kennen mich ja nicht ich mache meine übliche runde verpiss dich dass ich dich vielleicht die klappe siehst du die klinge was soll ich denn getan haben du hast geld von leuten genommen die dir keinen schilling schulden es wäre klug ruhig zu bleiben verpiss dich lass mich die klappe siehst du die klinge was soll ich denn getan haben letzter sein du hast geld von leuten genommen die dir keinen schilling schulden ja ich und die hälfte der reichen in der ganzen stadt dass du dir auch noch entführen vielleicht aber mit dir fang ich an okay ich rate dir hör auf zu zappeln auf geht's ganz entschuldigung ich würde gerne mal an so ist es recht so mädchen langsamer ich fahre ein bisschen ruckig ach komm ein bisschen tempo darf doch mal ein bisschen rote er kann so sein dass er hinter getern ist nächste belohnung revolver 1856 alles klar finden sie sind sympathisanten in ganz london und helfen sie ihnen wenn sie sympathisanten helfen steigt deren loyalität entschuldigt den rugs gegenüber durch loyalität verschaffen sie sich einzigartige und wertvolle belödingen frei schalten ich kann heute nicht lesen es tut mir leid den stadtteil haben wir schon mal befreit ja den stadtteil von white chapel das ist das eine truhe okay dann würde ich sagen suchen nach dem straßen kind dann machen wir den doch als nächstes kann ich da auch gleich so hin oder nein und ich würde sagen jetzt machen wir mal können wir können wir wir haben zwar sechs verfügbare fähigkeiten wir haben zwar sechs verfügbare fähigkeiten und evie die ist ja kleine schüchtern muss ich den auftrag jetzt noch mal anwählen die nicht irgendwie eine schnellweise weil 500 meter ok und tschüss glitsch templerjahr und nur etwa ein dutzend exzellent exzellen Und? Weißt du was? Die Scheiße aus dir ausprügeln Oh Was zum Teufel? Ah, gut Ah, alter Äh Stopp Okay Und tschüss Äh Nein Wie, 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 wie? Ah, kennen wir das Oh Was war das für eine Musik? Hilfe Eine Menge Untertauben, ja toll Nur etwa ein Dutzend, Sir Exzellent Bald sind alle Breiters in Ordnung Und wir sagen die Zähne... Okay, ähm Sekunde mal Gut Er verteilt das Dynamit Und seid vorsichtig Alles klar, Sir Das muss alles unbeschädigt In die Hände der Breiters gelangen Keine Missgeschicke Ah, okay Super geil Ah, durchsuchen wir den noch Vielleicht hat er was bei sich Von von, wow Ich bin ein Mörder Ich bin ein Mörder Ich habe einen riesen Fehler gemacht Wie viele Kisten müssen wir noch verteilen Nur etwa ein Dutzend, Sir Exzellent Bald sind alle Breiters in London Bis an die Zähne bewaffnet Keine Puller an Sicht Gut Dann verteilt das Dynamit Und seid vorsichtig Alles klar, Sir Ha, 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 ha Das muss alles unbeschädigt In die Hände der Breiters gelangen So Mercy, I beg you I don't want to die I don't want to die I don't want to die Oh Entschuldigung. Hehehe. Cool. Alles klar. Was ist das hier? Geil. Like a bath and see you. Okay, Templar Yacht. Okay, cool. Ach, warte. Da haben wir mal eben einen Auftrag. So nebenbei. Ja, cool. Ja, komm schon, Pegasus. Pegasus? Alles klar. Ähm. Natürlich nicht. Wie süß. Äh, wisst du was? Wir klauen jetzt einfach mal eine Kutsche. Ja, Entschuldigung. Boah, die schleichen ja alle. So. Und jetzt geht's los. Schöne, leichte Kutsche. Hol die da hin. Oh, die, die mir gerade entgegen kamen, die sah auch schon aus. Ja, natürlich. Oh Gott. Oh, ein Panzerwagen. Also die kleinen Droschken, die finde ich eigentlich ganz interessant. Mal gucken schon, Sammeln her. Moin. Ist ja englisch. Ich vergesse immer so, äh, Linksverkehr. Miau. So, ich muss hier eben parken. Ach, dann stecken wir's. Oh. So. Ich dachte, ich müsste hier lang, äh, hier hin. Okay, grün sind auf der Minikarte anscheinend Polizisten. Oh, schönes Pferdchen. Toll. Kann ich da auch irgendwas aus den Dingern klauen? So. Schade. Moin. Und tschüss. Ah, Mist. Sie ist hier. Au. Alter, wieso können die so zuhauen? Okay, tschüss. Ja, ich versuche zu fliehen. Ich tue es sogar. Oh. Ach. Okay. Liebe Freunde, es ist ein bisschen schwer, die neue Spielmechanik reinzukommen. Uiuiui. Okay. Für den Level für Bezirke. Ja, ich bin ja, glaube ich, schon Level 2. Ich meine... Äh, ich wollte es mal mit ihr ausprobieren. Sie ist, glaube ich, mehr so die Schleicherin. Und unser Jacob ist mehr so der Hau drauf. Mal sehen, vielleicht schaffe ich das. Ladebalken, Ladebalken. Okay. Neuer Versuch. Ähm... Was ist das hier? Illustrationen. Ah, cool. Von Whitechapel. Cool. Zack. Okay. Okay. Mal gucken, mit wem ich besser zurechtkomme. Entweder mit der Schleicherin oder mit dem Hau drauf. Ich bin ja eigentlich mehr so... Ja, so ein bisschen so der Sneaker. Der Sneaky Sneak. Äh... Äh... Wo ist denn jetzt der Auftrag? Ah, da unten. Ja. Kamera? Suche nach dem Schlosschen. Brüderchen, was geht? Soweit.